Herzlich Willkommen in einer neuen Ausgabe unseres Podcasts, wie gewohnt mit Guy Wagner. Guten Morgen, Guy. Guten Morgen. An der makroökonomischen Front hat sich im ersten Quartal 2024 nicht viel getan. Nach wie vor ist das Wachstum fast überall schleppend. Und auch immer geht das Gespenst der Rezession um. Was müsste geschehen, damit es nicht zum Abschwung kommt? Ja, im Moment ist es ja in der Tat so, dass vor allem die amerikanische Wirtschaft sich besser behauptet hat, als Anfang letzten Jahres erwartet wurde. Viele Beobachter glaubten damals, dass auch die amerikanische Wirtschaft nicht an einer Rezession vorbeikommen könnte. Bis jetzt war das der Fall. Und die Erklärung liegt oft darin, dass viele Leute sprechen von diesen überschüssigen Ersparnissen, die die amerikanischen Haushalte während der Pandemie aufgebaut haben, als die Wirtschaft geschlossen war und man weiterhin trotzdem sein Geld bekommen hat. Und dass eben die amerikanischen Haushalte danach auf diese überschüssigen Ersparnisse zurückgegriffen haben, um ihre Konsumausgaben weiter beizubehalten. Und der private Konsum ist nun mal in den USA der Hauptantreiber der Konjunktur, macht fast 70 Prozent des Bruttoinlandsprodukts aus. Also in dem Sinne ist das ein sehr wichtiger Punkt. Dann kamen auch noch die hohen Staatsausgaben dazu. Und beide sind dann die Faktoren, die eigentlich dazu geführt haben, dass bis jetzt jedenfalls die amerikanische Wirtschaft trotz dieser höheren Zinsen und der starken Erhöhung der Leitzinsen der amerikanischen Zentralbank an der Rezession vorbeigekommen ist. Man muss allerdings auch sagen, dass der Markt konzentriert sich immer auf diese relativ positiven Zahlen, sei es die Arbeitsmarktzahlen und so weiter. Aber hinter diesen positiven Zahlen sieht man schon eine deutliche Verschlechterung der wirtschaftlichen Aktivität in den USA. Die Rezession wurde insbesondere in den USA ja auch befürchtet, gewissermaßen als Folge der Leitzinserhöhung der Federal Reserve. Bisher ist es dazu aber nicht gekommen. Ist das eine gute Nachricht? Es ist natürlich eine gute Nachricht in dem Sinne, dass die Weltwirtschaft vor allem natürlich immer noch von der amerikanischen Wirtschaft getrieben wird. Also die amerikanische Wirtschaft ist ganz klar immer noch die Wachstumslokomotive, wenn man so will, der Weltwirtschaft. Und in dem Sinne, das erklärt ja auch, warum die Finanzmärkte vor allem die amerikanische Wirtschaft beobachten, dass jetzt Europa oder die Eurozone schon fast in einer Rezession ist oder in einer Rezession ist, interessiert die Märkte ja weniger. Es ist die amerikanische Wirtschaft, die wichtig ist. Und in dem Sinne ist natürlich die Tatsache, dass das Wachstum bis jetzt jedenfalls in den USA relativ stabil geblieben ist, eine gute Nachricht für die Weltwirtschaft und dann natürlich auch für die Aktienmärkte, da ja irgendwo auch die Unternehmensgewinne sind ja auch an der Konjunktur gekoppelt. Und in dem Sinne ist natürlich eine positive Konjunktur gut für die Unternehmensgewinne. In Europa leidet die Wirtschaft zum einen unter der schwachen Industrieproduktion, zum anderen aber auch unter den steigenden Zinsen. Wie besorgniserregend oder wie schwierig ist diese Lage für dich? Ich glaube schon, dass die Lage in Europa nicht sonderlich gut ist. Das Wachstumspotenzial allgemein von Europa und vor allem der Eurozone ist nicht sonderlich hoch. Das liegt teilweise an der Demografie, die schlechter ist als zum Beispiel in den USA. Also in dem Sinne ist das Wachstumspotenzial an sich und nicht unbedingt sonderlich hoch. Und dann natürlich ist die europäische Wirtschaft trotzdem abhängiger von der Industrie als zum Beispiel die amerikanische Wirtschaft, wo in der Zwischenzeit die Dienstleistungen den größten Teil der Wirtschaft ausmachen und Dienstleistungen sind mal stabiler als die Industrie. Und in dem Sinne hat natürlich auch dann die europäische Wirtschaft auch durch den Anstieg der Zinsen und natürlich auch die Schwäche von der Konjunktur in China deutlich stärker gelitten. Und im Moment sieht man auch nicht unbedingt, was hier jetzt dazu führen könnte, dass die Situation deutlich besser werden wird. Anfang April hat die EZB angekündigt, dass sie das hohe Leitzinsniveau vorerst beibehalten will. Gleichzeitig hat sie für Juni aber auch eine Zinssenkung in Aussicht gestellt, um die Wirtschaft anzukurbeln. Wie ist das einzuschätzen? Ja, die EZB steht ja irgendwo vor einem Dilemma. Das schwache Wachstum würde ja natürlich durchaus eine Zinssenkung rechtfertigen. Auf der anderen Seite ist das Mandat allerdings der EZB ist, die Inflation zu bekämpfen. Und die Inflation im Moment jedenfalls liegt noch deutlich höher als das, was die Zentralbanken sehen möchten. Und in dem Sinne würde man dann sagen, darf natürlich dann keine Zinssenkung kommen. Also in dem Sinne gibt es dieses Dilemma für die EZB. Aber ihre Präsidentin hat ja darauf hingewiesen, dass man die Zinsen jetzt im Sommer senken will. Und das könnte dann vielleicht in der Tat der Wirtschaft, der europäischen Wirtschaft helfen. Sei es nur, weil es natürlich auch dann dem Immobiliensektor helfen würde. Komme ich nochmal darauf zurück, zu diesem Dilemma, von dem du sprichst. Also einerseits soll die Inflation nachhaltig bekämpft werden. Klar, andererseits den Regierungen ermöglichen, sich zu finanzieren und die Kosten für den Schuldendienst zu begrenzen. Wie konkret würde dann so ein Ausweg aus diesem Dilemma aussehen? Im Endeffekt wird wohl der Weg so aussehen, dass im Endeffekt die Zentralbanken versuchen werden, den Staaten zu helfen, sich weiter zu finanzieren. Das ist normalerweise nicht ihr Mandat. Man sagt hier immer, die Zentralbanken sind unabhängig. Das Mandat der Zentralbanken heisst Inflationsbekämpfung. Man kann sagen, in Amerika, die Federal Reserve hat ein doppeltes Mandat, weil sie auch nach dem Arbeitsmarkt schauen sollte. Aber normalerweise der Finanzierungsbedarf der Staaten ist eigentlich nicht das Mandat der Zentralbanken. Aber in der Praxis wird es wohl so aussehen, dass die Zentralbanken im Endeffekt aufgefordert werden, den Staaten zu erlauben, sich weiter zu finanzieren. Wir haben eine extrem hohe Staatsverschuldung. Das war bisher kein größeres Problem, weil die Zinsen so niedrig waren. Das heißt, der Schuldendienst blieb weiterhin sehr niedrig. Man musste keine hohen Zinsen zahlen. Das ist aber jetzt durch den Anstieg der Zinsen über die letzten zwei Jahre, hat das sich geändert. Und wenn die Zinsen weiter hoch bleiben sollten oder sogar noch weiter steigen sollten, wird das zu einem großen Problem führen. Und ich glaube, das wird ganz einfach, diese Situation wird man unter allen Umständen vermeiden wollen. Und das führt dann dazu, dass diese sogenannte Unabhängigkeit der Zentralbanken immer mehr infrage gestellt wird. An den Aktienmärkten, die sind Aktien weiterhin stark gefragt. Das sieht man an den Indizes, die steigen munter weiter. Wie lange wird sich deiner Meinung nach diese Dynamik noch so fortsetzen? Ja, die Aktienmärkte, in der Tat, das erste Quartal war gut. Und eigentlich der Anstieg der Aktienkurse hat ja Ende Oktober begonnen, also der neuerliche Anstieg der Aktienkurse. Und in der Zwischenzeit hat er schon große Ausmaße angenommen. Ich muss allerdings darauf hinweisen, dass es immer mehr eine Divergenz gibt zwischen dem, was in den Aktienkursen eingepreist ist und was eigentlich die Faktoren, die zu dieser Aktienhaus geführt haben, und der Realität. Das heißt, die Aktienkurs beruht teilweise auf diese Idee, dass die Zentralbanken die Zinsen dieses Jahr stark senken werden. Das wird in der Zwischenzeit immer mehr infrage gestellt. Das beruht auch auf der Idee, dass die Inflation relativ schnell jetzt auf diese zwei Prozent zurückkommen wird, was auch wiederum in der Praxis jetzt infrage gestellt wird, weil in der letzten Zeit ist die Inflation eher wieder angestiegen. Das beruht auch auf die Idee, dass die Unternehmensgewinne stark steigen werden. Man sieht allerdings, dass in den meisten Regionen und den meisten Sektoren die Erwartungen, was die Unternehmensgewinne angeht, nach unten revidiert werden. Die langfristigen Zinsen steigen wieder. Also es gibt immer mehr diese Divergenz zwischen den Faktoren, die hinter der Aktienhaus sind, diesen sehr positiven Faktoren, und wie gesagt, die in der Zwischenzeit auch ganz stark in den Aktienkursen eingepreist sind, und der Realität. Und das natürlich mahnt zu einer großen Vorsicht. Apropos starke Einpreisung, mehr denn je sind es ja die Technologiewerte, Stichwort Magnificent Seven als Beispiel, die diese HOS befeuern. Besteht da nicht eine Gefahr der Überhitzung? Die Kurse können ja nicht ewig weiter steigen. Ja, die Gefahr besteht ganz klar, aber man muss sich schon bewusst sein, dass im Moment jedenfalls oder jetzt seit ein paar Jahren eigentlich die Aktienkurse vor allem vom passiven Anlegen getrieben sind. Und passives Anlegen ist nun mal teilweise basiert, teilweise auf dem Momentum. Das heißt, man kauft eigentlich die Aktien, die am meisten gestiegen sind, in der Idee, dass sie weiter steigen werden. Also die Fundamentaldaten, die Bewertungen spielen keine große Rolle mehr. Und in dem Sinne ist natürlich der Technologiesektor und vor allem auch in den USA macht einen großen Teil des Indizes aus. Und natürlich profitiert auch von langfristigen positiven Entwicklungen, sei es jetzt künstliche Intelligenz, Digitalisierung. Das sind alles Faktoren, die ganz klar auch diesem Sektor zugutekommen werden. Und das natürlich auch irgendwie, würde ich sagen, inspiriert auch die Investoren in dem Sinne, dass man natürlich sich wohlfühlt mit diesen Sektoren. Sondern diese Sektoren sind gut gelaufen, man kauft gerne was, was gut gelaufen ist. Und in dem Sinne ist das jetzt das, was die Aktienmärkte jetzt schon seit einer ganzen Weile treibt. Aber auch da, die Bewertungen sind in der Zwischenzeit sehr hoch. Und auch da muss man sich bewusst sein, dass die Bäume nicht in den Himmel wachsen. Sprechen wir umgekehrt von den Anleihenmärkten. Die waren 2023 relativ attraktiv, da geht es aber wieder bergab. Musste das so kommen? Ja, die Anleihenmärkte oder jedenfalls was Staatsanleihen angeht, die im Moment leiden natürlich unter den Inflationszahlen, die sich wieder verschlechtert haben. Und höhere Inflation ist immer schlecht für Anleihen. Und natürlich auch teilweise darunter, dass bis jetzt jedenfalls das Wachstum in den USA besser ist als erwartet. Also in dem Sinne stärkeres Wachstum als erwartet, höhere Inflation. Natürlich ist das nicht unbedingt gut für die Anleihenmärkte. Und hat eben dazu geführt, dass die langfristigen Zinsen wieder etwas gestiegen sind, ohne dass dieser Anstieg jetzt so extrem gewesen wäre. Aber nachdem sie in den letzten zwei Monaten des vergangenen Jahres stark gefallen waren, sind sie jetzt wieder etwas gestiegen. In der jüngsten Ausgabe der Perspektiven sagst du, dass die Anleihenmärkte auch in den Schwellenländern wieder deutlich attraktiver geworden sind. Sind das Anlagechancen? Es sind schon Anlagechancen, aber es ist für viele Investoren, sind diese Anlagen immer noch zu, oder sehen diese Anlagen immer noch als zu risikoreich an. Tatsache ist allerdings, dass viele dieser Länder in den vergangenen Jahren eine viel orthodoxere Geldpolitik und auch Fiskalpolitik geführt haben. Und in dem Sinne eigentlich die Fundamentaldaten in vielen diesen Ländern heute relativ gut sind. Und das hat auch dazu geführt, dass zum Beispiel der Index der Staatsanleihen, der dieser Schwellenländer sich weit besser performt hat, jetzt seit der Pandemie, als der Index der Staatsanleihen der Industriestaaten. Und ich glaube, das spricht schon für diese Länder. Aber wie gesagt, viele Investoren sehen diese Länder immer noch als sehr risikoreich an und fühlen sich eigentlich einfach nicht wohl mit einem Investment in dieser Anlageklasse. Du sprichst auch davon, dass der japanische Aktienmarkt zunehmend solide aufgestellt ist. Ist Japan deshalb derzeit ein attraktives Anlageziel für dich? Ja, ich habe ja schon mehrmals gesagt, dass Japan für mich vielleicht sogar einer der interessantesten Aktienmärkte für die kommenden Jahre und die Story hinter Japan ist eigentlich eine, wenn man so will, Bottom-up-Story. Die Geschichte ist jetzt nicht, dass die japanische Wirtschaft extrem stark wachsen wird und so weiter. Es ist eher der Grund für meinen Optimismus, was den japanischen Aktienmarkt angeht, liegt eher bei den Unternehmen selbst. Was ich damit meine, ist, dass was man jetzt in Japan sieht, ist, dass die Unternehmensführung wird immer besser. Was ich damit meine, ist, dass über Jahrzehnte eigentlich war, in Japan waren die Aktionäre nicht wichtig, die Rentabilität der Unternehmen war nicht wichtig, was die Unternehmen machen wollten, war Marktanteile zu gewinnen. Und das hat dazu geführt, dass oft die Kapitalallokation nicht gut war, die Margen oft sehr tief waren und so weiter. Und dazu geführt hat auch eben, dass Japan allgemein der japanische Aktienmarkt nicht sehr gut performt hat. Und das hat angefangen sich zu ändern vor ungefähr zehn Jahren mit der Abenomics, dem Programm damals von dem früheren Prime Minister. Und jetzt sieht man, dass die Dinge sich jetzt schnell verändern. Und es gibt immer mehr aktivistische Investoren, die auch Druck auf die Unternehmen machen, ihre Aktionäre besser zu behandeln und so weiter. Und das sieht man ganz klar in Japan. Und das ist eigentlich für mich der Grund, warum ich positiv bin für Japan. Und man muss auch sagen, der japanische Markt hat jetzt seit mehreren Jahren schon in lokaler Währung eine viel bessere Entwicklung genommen als sogar der amerikanische Markt, trotz der Magnificent Seven. Allerdings wurde ein großer Teil der guten Performance des japanischen Aktienmarktes durch die Abwertung des Yen zerstört. Schauen wir noch auf China, Guy. Die chinesische Wirtschaft hat viel von ihrer Dynamik der vergangenen Jahre eingebüßt. Bleibt der chinesische Aktienmarkt trotzdem ein attraktives Anlageziel? Oder gerade deshalb vielleicht? Für mich irgendwie schon. Aber natürlich kann man jetzt bei China, gibt es eigentlich heutzutage diese zwei Möglichkeiten. Das heißt, es gibt Investoren, die sagen, ich möchte ganz einfach nicht mehr in China investiert sein. Die Spielregeln sind anders. Die Interessen der Partei stehen ganz klar über all dem Rest. Dann gibt es noch die geopolitischen Risiken. Und dann ist eben für verschiedene Investoren die Antwort, dann möchte ich überhaupt nicht mehr in China investiert sein. Das ist auch legitim. Die zweite Möglichkeit ist zu sagen, okay, es gibt all diese Risiken, aber irgendwas, alles hat seinen Preis. Wenn jetzt die Risikoprämie des chinesischen Marktes extrem attraktiv ist, sprich die Bewertungen sehr tief, dann macht es trotzdem Sinn, da zu investieren. Und das ist eher meine Meinung. Also in dem Sinne finde ich jetzt, dass die Aktienrisikoprämie des chinesischen Marktes inzwischen höher ist als während der Finanzkrise. Also die Bewertungen sind teilweise sehr attraktiv. Zum Schluss wie immer noch ein Wort zum Gold. Hier sieht es nicht nur gut aus, sondern hier laufen wir von Rekord zu Rekord. Die Kurse steigen weiter. Siehst du weiteres Aufwärtspotenzial nach wie vor? Ja, mittel- und langfristig durchaus. Also natürlich kann man immer sagen, nach so einem starken Anstieg kann immer wieder eine Korrektur kommen. Es kann Gewinnmitnahmen kommen. Das wäre durchaus normal, aber langfristig glaube ich, dass die Perspektiven für Gold weiterhin sehr positiv sind. Und man muss auch feststellen, dass der Goldkurs letztes Jahr und dieses Jahr gestiegen ist, obwohl eigentlich die Faktoren, die in der Vergangenheit, zu denen der Goldpreis normalerweise negativ korreliert waren, eigentlich also der Anstieg der Zinsen, der starke Dollar auch präsent waren. Das heißt, der Gold ist eigentlich gestiegen in einer Phase, wo normalerweise diese Faktoren dafür gesprochen hätten, dass der Goldkurs eher fallen sollte. Und das zeigt, dass heutzutage andere Faktoren hinter diesem Anstieg stecken. Und das ist natürlich vor allem die physische Nachfrage. Das sind die Käufe der Zentralbanken und vor allem die Zentralbanken im Ostern. Und das hat viel mit der Fragmentierung der Weltwirtschaft zu tun. Und ich glaube, diese Faktoren werden weiterhin den Goldpreis längerfristig nach oben treiben. Das war unser Podcast Perspektiven. Dir, lieber Guy, vielen Dank für deine Ausführungen. Mehr zu den angesprochenen Themen finden Sie in der neuesten Ausgabe der Perspektiven und natürlich auf der Webseite der Bank, die Luxemburg. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank. Dankeschön. 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 Dankeschön.